So, ich darf nicht vergessen, dass da hinten der Apfelbaum ist. Der Apfelbaum, den ich haben möchte. So, die nächste Schaufel. So, und ich sollte auch nicht vergessen, dass ich den Sand nebenan hier auch wegmachen möchte. Das heißt, vielleicht sollte ich mir nochmal eine Schaufel machen. Was ich aber auf jeden Fall unbedingt brauche, ist Kohle. Ich brauche unbedingt wieder Kohle. Okay, die Schaufel leidet ein bisschen. Ich finde das eh so lächerlich, dass die Schaufel nichts aushält, vor allem kein Sand, weißt? Ich meine, das ist Sand, was soll denn das? Ja, ich dachte gerade, ich hatte gerade irgendwie den Eindruck, dass sich das hier noch ewig nach hinten zieht, aber das hat mich getäuscht. Ich habe mich getäuscht, so rumformuliert. So. Oh, ich habe gerade irgendwie so ein komisches Stechen in der Seite. Also kein seltenes Stechen, sondern so mehr so, hm, keine Ahnung, irgendwo da hinten. So, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. So, der Sand kommt hier weg. Eins, zwei, drei brauche ich eigentlich nicht, zumal ich eigentlich in der Kiste noch eine Schaufel hätte. Und die Schaufel eigentlich vermutlich reichen wird. Okay, gut, vielleicht brauche ich noch eine, aber ich glaube eigentlich, die Schaufel müsste reichen. Und ich will mein Inventar eigentlich leer machen. Auf der anderen Seite habe ich ja noch den Rucksack, das ja auch jetzt nicht so wird. In dem Rucksack kann ich ja schon das eine oder andere unterbringen. Und ich frage mich gerade echt, wo die Schafe alle sind. Ich meine, klar, die Schafe, die wollen zur Wiese. Seht ihr das, wie da hinten die Sterne aufgehen? So, es ist mir klar, die Schafe wollen eigentlich in die Wiese. So, da machen wir hier mit Sand mal zu. Einfach damit da zu ist. Fluff, fluff, fluff. Dann schaue ich mal ins Inventar, was brauche ich von dem Blödsinn eigentlich? Eigentlich nichts. So, Blumen auf jeden Fall nicht. So, also den Sand werde ich jetzt erstmal einschmelzen. Boah, meine Nase ist schon wieder total schnupfelig. Ich finde das echt ätzend. Irgendwie passiert das immer dann, wenn ich Folgen aufnehmen will. So, da 17. Da wieder. So viel Glas brauchen wir nicht, aber ich mache es jetzt halt trotzdem mal. Und, ähm, na gut, knall ich dich da drauf. So. Den Rest von dem Sand, den packen wir mal hier in die Kiste. Klack. Und das Glas packen wir auch mal hier in die Kiste. Da haben wir noch ein bisschen... Die könnte ich eigentlich schon in den Ofen legen. So, die Steine will ich eigentlich behalten, wobei wir da noch genug Steine kriegen werden. Ich packe jetzt hier einfach mal alles weg. Alles, was ich nicht will. So. Wir können uns noch ein bisschen Essen für unterwegs mitnehmen. So, leckere Ratte oder so. Okay. Klick, klick. Ich dachte, ich hätte Ratte gebraten. Wieso ist denn da jetzt Sand drin? Ach, die Ratte habe ich da hin. Okay. Klack. Dann packen wir da auch noch die Ratte rein. Und dich. Und dich. Und dich packen wir da hin. Du kommst da hin. Und dich lasse ich erstmal hier unten. Ich habe da noch eine Steinhacke. Das heißt, den einen Stein räumen wir mal auf. Den räumen wir jetzt in den Keller. Dann ist er weg. Und ich sollte vielleicht das Haus zu machen, wenn ich gehe. So. Stein ist da. Ne, da ist Erde. Erde habe ich aber auch noch. Tschüss. So. Erde, die ich nicht brauche. Da ist Stein. Da habe ich eigentlich auch genug von. Ganz ehrlich. So. So. Die Steine brauche ich eigentlich auch nicht. Die nehme ich mal mit. Das Schwert behalte ich mal am Mann. Einfach nur zur Sicherheit. Ich denke nicht, dass da noch groß was auf uns zukommt. Da haben wir noch eine Ratte. Da hinten Holz. Holz brauchen wir erstmal nicht. Den Zaun brauchen wir erstmal auch nicht. Das lasse ich mal da. Die Blumen brauche ich nicht. Das Glas brauche ich nicht. So. Dann gehen wir doch mal hier hin und zeigen hier vielleicht Glas. So. Damit wir da auch eine Kiste für haben. Das ist nur noch elf. Das ist völlig in Ordnung. Den Stein will ich mitnehmen. Den Kaktus will ich eigentlich nicht mitnehmen. Oh. Oh. Die nächste. Das nächste Essen. So. Den Kaktus will ich nicht mitnehmen. Da brutzeln wir die Ratte erstmal. Nehmen die Ratte mit. So. Und gehen hier ums Eck und packen mal den Kaktus zum Kaktus. Ja. Wobei ich mit dem Kaktus natürlich. Das ist auch noch Stein. Den Kaktus wollte ich eigentlich mitnehmen. Den Kaktus wollte ich eigentlich mitnehmen. Du kommst dann da hin. Du kommst da drauf. Du kommst da hin. So. Inventar. Mit dem Kaktus wollte ich eigentlich mal schauen. Ob ich da Stiefel hinbekomme. Wie müssen denn Stiefel sein? Ich glaube das schaue ich jetzt einfach mal. Ganzhaft. Quasi so Socken mäßig. So. Die Hälfte kommt da hin. Die Hälfte kommt da hin. Die Hälfte kommt da hin. Zack. Zack. Legen wir uns eine Rüstung an. Wie sieht das denn mit Ärmeln aus? Haben wir an den Ärmeln? Vermutlich nicht. Aber wir könnten uns quasi eine Kopfbedeckung machen. Die machen wir uns jetzt aber auch nicht gerade. Habe ich noch Holz dabei? Nee, Holz habe ich weggepackt. Ach. Der Level ist die Rüstung. Okay. Der Level ist quasi der Grad meiner Rüstung. Das hat überhaupt nichts. Warte mal. Ha. Zack. Zack. Und dann gibt es ja noch irgendwas. Was gibt es noch rüstungstechnisch? Wir können uns auch ein Boot machen. Das ist super. Lava Bucket. Okay. Bones. Auch in Ordnung. Craft Guide. Bronze. Genau. Bronze ist Silber mit Kupfer. Gut. Ja, jetzt geht die Sonne schon wieder unter. Äh, der Mond. So. Das soll aber nichts heißen. Wir gehen jetzt trotzdem die Äpfel holen. Und dann gehen wir in die Höhle. Auch wenn ich gesagt habe, dass vorher so schön Nacht war. Erstmal kommt hier eine Ratte rein. Dann kommen die Ratte hier drauf. Dann warte ich, bis die Ratte durch ist. Tralalala. Die Ratte ist durch. Und dann gehen wir einfach mal los. den Baum abpflücken. Eine Axt habe ich gerade nicht, ne? Ne. So, aber da hinten gibt es quasi unseren hübschen Baum. Ich habe wirklich keine Axt. Okay. Dann klopfen wir die Äpfel einfach so runter. Boah, da oben gibt es schon wieder Äpfel. So. Da ist ein Apfel. Da ist ein Apfel. Da ist ein Apfel. Da ist ein Apfel. Und da ist ein Apfel. Und dann schauen wir mal. Tak, tak, tak. Tak, tak. Passiert da was? Bam, bam, bam. Bam, bam. So. Dann gibt es da drüben auch noch Äpfel. Die holen wir uns jetzt natürlich auch noch. Klick. Klick. Klick, klick. Wenn wir sonst übelst verhungern werden. Und ich ja auch nicht weiß, wo, wie, was und warum und überhaupt. So, da ist quasi unsere Mine. Den Apfel. Hier will ich aber vorher noch mitnehmen. Und dann bin ich gespannt, was da passieren wird. Und die Schafe, die flüchten sich in ihr. Warte mal. Kann ich die Schafe auch mit Gras glücklich machen eigentlich? Ich meine, sie müssten ja auch Gras futtern. Okay, so schwebende Blöcke finde ich ein bisschen ätzend. Die machen wir mal weg. So. Ich meine, sie werden natürlich nicht total auf dieses Gras stehen, aber sie werden es vielleicht essen. Äh, die interessiert das Gras null. Okay. Das Gras interessiert sie wirklich null. Esst ihr das Gras vielleicht? Es sieht irgendwie nicht so wirklich danach aus. Na gut. Da habe ich wieder eine Ratte. Ich denke, ich könnte auch gerade mal was essen. So ein bisschen Rattenfleisch. Fluff, fluff. Und dann gehen wir auch schon wieder ins Inventar. Ich könnte hier eigentlich auch einen Ofen hinpacken. Und eine Fackel sollte ich mir vielleicht auch setzen. So, Waffen brauche ich wahrscheinlich... Äh, sicher ist sicher, aber Waffen brauche ich wahrscheinlich eher nicht. Schaufeln brauche ich wahrscheinlich auch eher nicht. Spitzhacke brauche ich auf jeden Fall. Da sollte ich mir auch auf jeden Fall noch ein paar machen. Und noch eine. So, ach, ich wollte doch dieses Ding weglegen. Eins, zwei. So, dann haben wir hier noch eine. Den Spaß legen wir mal da hin. Den Spaß legen wir mal da hin. So, und dann nehmen wir nochmal eine mit. Legen wir da hin. Und dann gehen wir auch schon los. So, da haben wir uns ja so einen schönen Ding gebastelt. Okay, da waren wir schon. Und hier haben wir quasi zugemacht, weil wir hier rein wollten, weil wir hier weiter erkunden wollen. Hallo Ratte. Ähm, ich weiß, es sind... Ne, es sind Ratten. Es sind Ratten. Es sind keine Mäuse. Es sind Ratten. Es stimmt schon. So, hier ging's runter. Dann ging's hier runter. Und dann ging's quasi im Prinzip hier hinten rein. Und drüber. Na, komm schon. So, und hier hoch ging's quasi zu den Feldern von irgendwelchen lustigen Ressourcen. Und hier hinten ging's quasi weiter. Wobei ich da nicht so genau weiß, wohin eigentlich. So. Da hatten wir eine Sackgasse. Nein, da ging's nach unten. Ah, da ging's so nach unten, dass ich nicht weiter wollte. Richtig? Richtig. Das heißt, wir werden da wieder außenrum nach unten graben. Jetzt gehen wir aber hier hinten erst mal nach oben. Boah, ich bin schon wieder total heiß da drauf, diese Dinge zu erkunden. Und wir sind schon bei eine Stunde fünf... Fuh, 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 fuh. So. Also, wie gesagt, Kohle brauchen wir auf jeden Fall. Zwar gar nicht wenig. Und das ist die Kohle von unten. Das ist schön. Ich fall hier nicht runter. Nein. Dann, du bist vermutlich Kupfer. So, dann können wir hier vielleicht mal wieder... Oh, nee, das ist echt super. Und hier ist auch wieder Gold. Also, ich bin hier gerade sehr begeistert, muss ich sagen. Ich bin von dieser Höhle gerade super begeistert. Ich bin von dieser Höhle gerade super begeistert. Ich bin von dieser Höhle gerade super begeistert.